Wir bringen heute die letzten Tage der Menschheit in einer historischen Aufnahme aus dem Jahre 1947. Das Drama steht wohl einzigartig in der Weltliteratur dar, besteht doch allein sein Personenverzeichnis aus 13 Seiten. Karl Krauss schrieb dieses gigantische Epos nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Es erschien von 1918 bis 1920 in der von ihm herausgegebenen legendären Zeitschrift Die Fackel. Seine Helden sind, so Karl Krauss wörtlich, Operettenfiguren, welche die Tragödie der Menschheit aufführen. Die Handlung in Hundertszenen und Höllen führend ist unmöglich, zerklüftet, heldenlos. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die je geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Wer schwache Nerven hat, wenn auch genügend starke, die Zeit zu ertragen, entferne sich von dem Spiel. Soweit Karl Krauss. Während der Jahre des Ersten Weltkriegs hatte Krauss seine Landsleute genau beobachtet. Fast die gesamte intellektuelle Elite des Landes fieberte in Kriegsbegeisterung. Der Autor hingegen hatte die große Lüge der Zeit an ihrem verräterischen Phrasenton sofort erkannt und versammelte in seinem Stück das gesamte Ensemble des patriotischen Betrugs zu einer gnadenlosen Abrechnung mit Schlachtenlenkern und Kriegsgewinnlern, Propagandisten und den Führungsklicken. So sind die letzten Tage der Menschheit, obwohl dokumentarisch bis auf das Komma, kein Zeitstück. Sie nehmen die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorweg. Geschrieben zu einer Zeit, als die Monstrositäten der Zeitläufte noch unbekannt, für den scharfsinnigen Chronisten jedoch zu erahnen waren. Radio Frankfurt überträgt in Gemeinschaft mit den städtischen Bühnen Frankfurt die letzten Tage der Menschheit von Karl Krauss. Es sprechen Musik 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 Turningenieur Josef Hesse, Regie Theodor Steiner. Wien, August 1914, Ringstraßenkorso, Sirkecke. Extra-Ausgabe! Extra-Ausgabe, beide Bürger! Nieder mit Serbien! Nieder mit Habsburg! Ho! 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 Serbien! Nieder mit Serbien! Nieder! Nieder mit Habsburg! Ho! Serbien! Ho! Ho! Loslassen! Sie unverschämter Menschen, loslassen, oder? Was rufen Sie denn nicht hoch? Sie wollen ein Patriotin sein. Ein Hursans, das möchten Sie noch. Ertraschen Sie, ein Sands! Ach so, ein Schlampen. Jetzt ist die mir gekämpft, sind wir das. Ein Hursans. Was? Burgfrieden, wenn ich bitten darf, halten Sie an Burgfrieden. Ach, ein Hursans! Ja, ja, wollen wir es recht vorkommen? So hat es was gegen das angestammte Herrscherhaus gesagt? Ja! Lass es gehen, wir seien nicht da so. Hoch, Habsburg! Hallo, Habsburg! Hier scheinen Stimmungen zu sein. Was tut sich? Man wird doch das sehen. Da oben auf der Bank sehen wir Sie besser. Wie schön Sie vorbeimarschieren, unsere braven Soldaten. Wie sagt doch Bismarck, steht heute in der Presse. Unsere Leute sind zum Kissen. Wissen Sie, dass sogar Eislers Ältester genommen ist? Was Sie nicht sagen. Ja, das hat ja die Welt noch nicht gesehen. So reiche Leute auch. Ja, ja. Ja, dass sich da nichts halt machen lassen. Es heißt, Sie versuchen es jetzt. Wahrscheinlich wird er hinaufgehen und sich's richten. Und im äußersten Fall, Sie werden sehen, jetzt wird er ihm doch das Atemobil kaufen, was er sich hat in den Kopf gesetzt. Hm, kann man auch verunglücken. Hab ich die Ehre, Herr Generaldirektor? Hast du gehört? Weißt du, wer das ist? Ein Generaldirektor in Zivil. Da muss man vorsichtig mit ihm reden sein. Das ist nämlich der Vorgesetzte von die Generäle. Grüß dich, Novotny. Grüß dich, Popoli. Grüß dich, Popoli. Servus. Servus, servus. Also du, du bist ja politisch gebildet. Also was sagst? Weißt, ich sag, es ist alles wegen der Einkreisung. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. Weißt, in der Zeitung steht, es war unanwendbar, unabwendbar. Natürlich unabwendbar. Weißt, ich hab das mir nur verlesen. Darum, Mitbürger, sage ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das Vaterland anschließen. In der großen Zeit sind wir doch ungerungen von lauter Feinden. Wir führen einen heiligen Verteilungskrieg. Für mir wäre ein Phönix, stehen wir dran, den es nicht durchbrechen werden. Dementsprechend, wir sagen wir. Und Österreich wird auferstehen wie ein Phalanx aus dem Weltbrand, sage ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Da gibt's keine Würstel. Und darum sage ich auch, Serbien muss sterben. Bravo! Es ist von Serbien muss sterben. Und da jeder Russ, ein Genuss, ein Stuss. Und da jeder Tritt, na, jeder Britz, ein Tritt. Und strafe England! Bitte links gehen, bitte links gehen. Als dann, hier könnte man, wenn noch Zeit wäre, sich in die Volksseele vertiefen. Die Flure Eve. Heute steht im Leitartikel, dass es eine Lust ist zu leben. Also glänzend, wie er das sagt. Der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit. Jetzt ist halber. Die Mama hat gesagt, wenn ich später wie halber das Haus komme, kriege ich. Aber geh, bleib. Schau dir bitte ich das Volk an, wie es gärt. Pass auf auf den Aufschwung. Wo? Ach, ich mein seelisch. Wie sie sich geläutert haben, die Leute. Im Leitartikel steht's doch. Lauter Helden sind's. Wer hätte das für möglich gehalten, hm? Ja, wie sich die Zeiten geändert haben. Und wir mit ihm. Was bekommen Sie, Kutscher? Na, euer Klavier ist's nicht. Na, ich weiß es nicht. Was bekommen Sie? Na, was hat die Taxes? Was ist die Taxe? Na, was sollt die anderen geben? Na, können Sie wechseln? Wechseln? Was? Das nimm ich nicht als ein ganzer. Das könnte französisch Geld sein. Was? Ein Franzos? Ach, da schau ich eh. Ein Mentor, ein Spion. Also, dem werden wir's zeigen. Von woher kommt er denn? Na, von der Ostbahn. Aha, aus Petersburg. Aus Petersburg. Ach so, ein lodiger Beigel, Verdächtiger. Oh, los. Es ist gehen, macht's keine Repressalien, das gehört sie mit. Wir sind nicht so. Look at the people, how enthusiastic they are. Zwei Engländer? Rindsteig, gut strafe England. Haut's es, wir sind in Wehren. Oh, los, es ist gehen, wir sind nicht so. Regardez l'enthousiasme de tout le monde. Zwar Franzosen? Reden's deutsch? Haut's es, wir sind in Wehren. Oh, los, es geht, wir sind nicht so. Das war ja türkisch. Siehst du nicht, die haben doch ein Feds auf. Das sind Bundesgenossen. Folgt's es ein und singt's den Prinz euch gehen. Japaner sind da. Japaner sind auch noch in Wien. Aufhängen sollten wir die Bagasse. Bei einem Rezept. Lass's es gehen, das sind ja Chineser. Bist selber ein Chineser. Gleich du. Alle Chineser sind Japaner. Sind sie vielleicht ein Japaner? Äh, nein. Na, alles dann, aber Chineser sind's da. Aber, aber, was treibt's denn? Habt's denn in der Zeitung gelesen? Schaut's her, da steht's doch. Derartige Ausschreitungen des Patriotismus können in keiner Weise gedudeltet werden und sind überdies geeignet, den Fremdenverkehr zu schädigen. Na, bitte. Wo soll sich denn da noch ein Fremdenverkehr entwickeln? Na, wo denn alles dann? Bravo, recht hat er. Der Fremdenverkehr, wenn wir ihn heben wollen, das ist schwer. Das ist nicht so. Halt's Maul. Krieg ist Krieg. Und wenn ein Amerikaner steuert, dann türkisch oder so. So ist es. Jetzt ist Krieg und da gibt's keine Würstchen. Jesus, schaut die da an mit dem Schnurrbart. Oh, da schaut's her. Das kennt man schon. Ein verkleideter Spion. Verhaften, einsperren, stammt der P. Aber, meine Herren, bedenken Sie, hätte sich doch auch rasieren lassen. Wer? Wenn's ja ein Spion wär. Darauf hat er vergessen und so hat er sich gefangt. Wer? Na, ja, das ist doch, das ist doch eben die List von denen Spionen. Ja, damit man's nicht merkt, dass Spionen sauen, dann lassen sie ihn an einem Bord stehen. Hey, jetzt nicht so tal, Gott, der Herr, das ist ein weiblicher Spion. Und damit man's nicht merkt, hat's einen Bart aufbappen. Jawohl, das ist ein weiblicher Spion, was sich für ein Malzspit ausgeben. Aber nein, das ist ein Mahnsbild, was sich für einen weiblichen Spion ausgeben tut. Also jedenfalls ein Verdächtiger, der auf die Wachsturm kehrt. Bockste er am 14. Jahrhundert! Das war kein Strohfeuer trunkener Augenblicksbegeisterung, kein lärmender Ausbruch ungesunder Massenhysterie. Mit echter Männlichkeit nimmt Wien die schicksalsschwere Entscheidung auf. Wissen Sie, wie ich die Stimmung zusammenfassen werde? Die Stimmung lässt sich in die Worte zusammenfassen, weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Dieses Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben, kann man nicht oft genug wiederholen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Also bitte, was sagen Sie zu mir? Also was soll ich sagen? Glänzen. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Tausende und Abertausende sind heute durch die Straßen gewalt. Arm in Arm, arm und reich, alt und jung, hoch und nieder. Die Haltung jedes Einzelnen zeigte, dass er sich des Ernstes der Situation vollauf bewusst ist, aber auch stolz darauf, den Pulsschlag der großen Zeit, die jetzt hereinbricht, an seinem eigenen Leib zu fühlen. Legt mir, Mursch! Die Hauptsache sind jetzt die Straßenbilder. Von jedem Eckstein, wo ein Hund demonstriert, will er ein Straßenbild haben. Gestern hat er mich rufen lassen und hat gesagt, ich soll Schahnerszenen beobachten. Aber gerade das ist mir unangenehm. Ich lasse mich nicht gerne in ein Gedränge ein. Gestern habe ich die Wacht am Rhein mitsingen müssen, also kommen Sie weg. Hier geht's auch schon zu, sehen sich nur die Leute an. Ich kenne diese Stimmung. Man ist auf einmal mittendrin und singt Gott erhalte. Gott beschütze, Sie haben recht. Wozu man selbst dabei sein, muss ich ja nicht ein. Man verliert nur Zeit. Man soll drüber schreiben, statt dem steht man herum. Ich kann nur konstatieren, ein großer Ernst breitet sich über der Stadt aus. Und dieser Ernst, gemildert von Gehobenheit und dem Weltgeschichtsbewusstsein, drückt sich in allen Minen aus, in denen der Männer, die schon mitmüssen, in denen derer, die noch da bleiben. Leg mir, Morsch! Und in den Minen jener, denen eine so hohe Aufgabe zuteil wird. Vorbei die bequeme Lässigkeit, die genussfrohe Gedankenlosigkeit, die Signatur ist schicksalsfroher Ernst und stolze Würde. Die Physiognomie unserer Stadt hat sich mit einem Schlag. Notieren Sie, eine hübsche Genreszene. Überhaupt müssen wir trachten, möglichst viel vom Volk zu sagen. Der Chef hat erst heute geschrieben, es ist die Quelle, in der wir das Gemüt erfrischen. Die Haul, die Sperren, die hauen wir in Sperren. Hau, nieder! Hau, nieder! Schaut die zwei Juden an! Sieh, ich hab keine Lust mehr, Scharnerszenen zu beobachten. Soll er sein Gemüt an der Quelle erfrischen gehen, wenn er sich traut? Ich bin lieber weit entfernt. Weit entfernt von Hochmut und von Schwäche. Dieses Wort, das wir für die Grundstimmung Wiens geprägt haben. Der hat mir die Handtaschen gestalt. Ja, meine Liebe, jetzt ist Krieg, das ist nicht wie im Frieden. Da muss schon jeder was hergeben. Wir sagen ihn wie. In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat, in der Heimat, in der Heimat. Lemberg noch in unserem Besitzel? Ich würde sagen, eine Brücke, dass man kommt. Hier die Niederrücken, Schattenfest und Belgerad. Hallo! Hallo! Also, heute zum ersten Mal, Sie, Gold gab ich für Eisen. Sie, das können Sie mit dem anderen einreden. Sie haben gegeben, aufgewachsen. Wer sagt, ich hab gegeben, versteht Sie nicht Deutsch? Ich seh da drüben den Zettel von der Premierheit. Gold gab ich für Eisen. Ich möchte hingehen. Gut, geh ich auch. Jetzt ist überhaupt am interessantesten. Gestern hat bei der Tschardaschfürstin die Gerda Walte die Extraausgabe vorgelesen von die 40.000 Russen am Drahtfrau. Also hätten Sie hören sollen, den Jubel. Also zehnmal ist wenig, dass Sie es gerufen waren. Ach ja, waren schon Verwundete? Ja, ach, jetzt ist es überhaupt am interessantesten. Kürzlich da ist einer neben mir gesessen. Was war da nur? Ach ja, er hat einen Kameraden. So, war's gut. Ja, bumm, mach vor. Weltrad bombardiert. In der Wohnung der Schauspielerin Elfriede Ritter, die soeben aus Russland zurückgekehrt ist. Die Reporter Fuchsel, Feigl und Halberstamm. Haben Sie Spuren von Nagaikas? Da zeigen Sie her, wir brauchen Einzelheiten. Details. Wie war das Moskowitertum? Haben Sie Eindrücke? Sie müssen furchtbar zu leiden gehabt haben. Hören Sie, Sie müssen. Dann schildern Sie, wie Sie behandelt wurden wie eine Gefangene. Geben Sie Eindrücke von Ihrem Aufenthalt fürs Abendblatt. Geben Sie Stimmung von der Rückfahrt fürs Morgenblatt. Meine Herren, ich danke für Ihr teilnahmsvolles Interesse. Es ist wirklich rührend, dass mir meine lieben Wiener Ihre Sympathien bewahrten. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich sogar persönlich bemüht haben. Ich wollte ja auch gern mit Koffer auskacken warten. Aber ich kann Ihnen beim besten Willen, meine Herren, nichts anderes sagen, als dass es sehr, sehr interessant war, dass mir gar nichts geschehen ist. Na, was denn noch? Dass die Rückfahrt zwar langwierig, aber nicht im Mindesten beschwerlich war. Und dass ich mich freue, wieder in meinem lieben Wien zu sein. Interessant. Also eine langwierige Fahrt. Also Sie, sie gibt zu. Beschwerlich, hat sie gesagt. Warten Sie. Die Einleitung habe ich in der Redaktion geschrieben. Moment. Aus den Qualen der russischen Gefangenschaft erlöst, am Ziele der langwierigen und beschwerlichen Fahrt endlich angelangt, weinte die Künstlerin Freudentränen bei dem Bewusstsein, wieder in ihrer geliebten Wiener Stadt zu sein. Doktorchen, Doktorchen, das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, ich habe doch gesagt, dass ich mich über nichts, über gar nichts beschweren konnte. Aha. Die Künstlerin blickt heute mit einem gewissen ironischen Gleichmut auf das Überstandene zurück. Aber meine Herren, ich kann doch nicht das... Das ist doch bei den Haaren herbeigezogen. Wenn Sie es gesehen hätten, auf der Straße oder in den Ämtern, wenn ich nur Anlass zur geringsten Klage gehabt hätte über Drangsalierungen und so, glauben Sie denn, ich würde es verschweigen. Noch vor Erregung zitternd schildert die Ritter, wie der Straßenmob sie bei den Haaren gezogen hat, wie sie auf die geringste Klage hin von den Ämtern drangsaliert wurde und wie sie über alle diese Erlebnisse schweigen bewahren musste. Jetzt bin ich aber ernstlich böse. Es ist nicht wahr, meine Herren, ich protestiere. Sie wird ganz böse, wenn man ihre Erinnerung an diese Erlebnisse, an ihre aussichtslosen Proteste... Es ist nicht wahr, meine Herren. Nicht wahr? Was heißt nicht wahr? Wo ich jedes Wort von Ihnen mitschreibe. Wenn wir es bringen wollen, ist es nicht wahr? So wissen Sie, das ist mir noch nicht vorgekommen. Das ist interessant. Es ist im Stand und schickt eine Berichtigung. Also Sie machen sich keine Geschichten, das kann Ihnen schaden. Machen Sie sich nicht unglücklich. Wann hat Sie denn wieder eine Rolle? Wenn ich das Samstag beim Repertoire dem Direktor erzähle, kriegt die Berger das Gretchen. Das garantiere ich Ihnen. Das ist also der Dank, wo Sie der Fuchs immer so gut behandelt hat. Sie, Sie kennen den Fuchs nicht. Wenn der hören wird, bossen Sie auf bei der nächsten Premiere. Aber, aber Herr Redakteur, ich, ich habe ja geglaubt, lieber Doktor, bitte, bitte, lieber Doktor, ich, ich habe ja nur die Wahrheit sagen wollen. Entschuldigen Sie bitte, bitte sehr. Die Wahrheit nennen Sie das? Und wir lügen also, he? Ja, pardon, ich, ich habe nämlich geglaubt, es sei die Wahrheit. Wenn Sie aber, meine Herren, glauben, dass es nicht die Wahrheit sind, Sie sind ja Redakteur, Sie müssen ja das besser verstehen. Wissen Sie, ich als Frau habe ja auch gar nicht mal so den rechten Überblick, nicht wahr? Mein Gott, Sie verstehen es, es ist doch Krieg. Unser Eins ist so verschüchtert. Man ist so froh, wenn man nur mit heiler Haut aus Feindesland. Na sehen Sie, wenn Sie sich erinnern, nach und nach. Ach, Doktor, ich, natürlich, wissen Sie, die erste freudige Auffallung, wieder in eurem geliebten Wien zu sein. Man sieht dann alles rusiger, was man überstanden hat, für ein Momentchen, versteht sich. Dann aber fast einen wieder Wut und Erbitterung. Na also sehen Sie, wir haben beim ersten Moment gewusst. Also Wut und Erbitterung fasst noch heute die Künstlerin, wenn sie der ausgestandenen Machten gedenkt und sobald die erste freudige Aufwallung, wieder in der Metropole zu sein, den bösen Erinnerungen Platz gemacht hat. Na, ist das jetzt wahr? Nee, Doktor, wie Sie die Geheimsten empfinden. Na sehen Sie. Na also, sie gibt zu, sie hat gelitten. Sie hat ausgestanden. Na was heißt ausgestanden? Waren Mata hat sie durchgemacht. Also, was brauchen wir da weiter? Gehen wir, wir sind doch nicht zum Vergnügen hier. Na selbstredend, den Schluss mache ich in der Redaktion. Ach so, eine Berichtigung haben wir nicht zu befürchten. Das hätte noch gefehlt. Aber Doktor, na charmant warst du, dass Sie mich besucht haben. Kommt doch bald wieder. Adieu, adieu. Sie ist wirklich eine vernünftige Person. Grüß Ihnen, Gott Freilein. Sie hat das Ärgste überstanden und sie hat nicht den Mut, es jemandem zu sagen. Na, Zustand. Bukowinaer Front. Bei einem Kommando. Die Oberleutnants, Falota und Beinsteller. Du weißt, also gestern habe ich mir eine fesche Polin aufzwickt. Also, Tulitur. Schaut, dass man sie nicht in das Gruppenbild hineinnehmen kann, was wir der Muskete schicken werden. Aha, ein Megdulein. Du, der Feldkurat soll fürs Interessante fotografiert werden. Zu Pferd, wie er einen Sterbenden das Sakrament gibt. Na ja, das wird sich leicht machen lassen. Kann zur Not auch gestellt werden. Weißt, soll sich ein Kerl hinlegen. Und dann hat die Redaktion noch ersucht, sie brauchen ein Gebet am Soldatengrab. Na, das geht ja immer. Du, also ich habe dir gestern eine Aufnahme gemacht, die aber schon sehr interessant ist. Ein sterbender Russ. Du, ein Scharnerbild mit einem Kopfschuss, ganz nach der Natur. Weißt, er hat noch auf den Apparat standen können. Du, der hatte einen Blick gehabt. Also, weißt, das war wie gestellt. Einfach prima. Sag, glaubst du, dass das was für das Interessante ist? Das ist nehmen. Na und ob, zahlen auch noch. Glaubst? Aber sicher. Du, richtig. Also, hast was versäumt. Der Korporal ist ja gestern ohnmächtig worden, wie er den Spion, weißt du, den rutenischen Pfarrer, bei der Hinrichtung für den Sascha-Film gehalten hat. Schau, dass du nicht dabei warst. Na, was hast du mit dem Kerl gemacht? Nur anbinden, naturgemäß. Ich werde ihn doch nicht einsperren. Wir leben ja nicht im Frieden. Einsperren, das lässt den Kerl so schmecken. Weißt, ich verstehe die Russen nicht. Die Gefangenen erzählen nämlich, dass es bei denen überhaupt keine solchen Strafen gibt. Ich gehöre mir doch auf mit der Sklavennation. Hast du schon das Gedicht vom Kapus gelesen, du? Ja. In Vers und sogar gereimt. Na überhaupt, die Muskete ist jetzt zum Googeln. Der Schönflug. Ja, was? Das ist ganz was, Andreas. Du weißt was? Ich fange jetzt ein Tagebuch an. Da wird alles drinstehen, was ich erlebt habe. Vorgestern vom Mullahcheck angegangen. Eine fesche Polin, sage ich dir. Aber schon sehr fescht. Aha, einen Busam. Ja. Na ja, du erlebst was. Weißt, ich interessiere mich mehr für die Biedung. Ich ließ viel. Jetzt bin ich bald mit dem Engelhorn fertig. Früher, wie ich unten war, da ist auch viel mulattiert worden. Bisschen Musik, weißt? Wir haben jetzt ein Grammophon aus dem Schloss. Du, da könntest mir deine Polin leihen, dass sie dazu tanzt, was? Also du weißt, wer auch schon sehr viel erlebt haben muss heraus. Na wer? Na der Nowak von den 14ern. Das war ja immer ein Hauptkerl. Wenn der nicht seine 60 Schuss täglich am Gewehr angeschrieben hat, wird er schier auf die eigenen, du. Übrigens, der Püringer hat mir neulich eine Karte geschrieben. Also der Nowak, der sieht dir einen serbischen Bauern drüben von der Trina Wasser holen. Na weißt, Gefechtspause war grad. Sagst er zum Püringer, du sagst er, schau dir den dort drüben an. Leg dir an und bummst die. Hat ihn schon. Na he. Ein Mordskerl, der Nowak, er schießt alle ab. Du überhaupt, wenn man jetzt ein Jahr bei dem Geschäft ist, ich sag dir, tot, das ist gar nichts. Aber mit den Verwundeten, das ist eine rechte Schererei. Aufs Jahr, wenn der Frieden kommt, wird es nur Werkelmänner geben. Ich halte mir jetzt schon die Ohren zu. Was wird man mit den Leuten anfangen? Verwundet, das ist so eine halberte Geschichte. Ich sag, Heldentot oder gar nichts. Sonst hat man sich selber zuzuschreiben. Ja, na also mit den Blinden ist es ja gar nichts wieder. Die tappen sich so komisch herum, du. Also neulich, wie ich vom Urlaub fahre, komm ich in eine Station und komm grad dazu, wie die Mannschaft einen herumstößt und lacht und macht Hätsel. Na ja, was willst, hättst du sehen sollen, wie der Divisionär neulich einen Zitterer pflanzt hat. Na ja, aber einen feinfülligen Menschen stiert so etwas. Ja. Aber du weißt, was ich in solchen Fällen denke? Na was? Na, Krieg ist halt Krieg, denke ich, in solchen Fällen. Ja, ja. Du, was macht ein Bursch? Wie alt ist der jetzt? Gerade 48. Übrigens, gestern hat er zu seinem Geburtstag erwatschen gekriegt. Oh, was ist der eigentlich? Na, Komponist, Philosoph oder so. Aha. Du weißt, ich wär auch schon froh, wenn ich wieder in der Gartenbauabend sein könnte und vorher an der Potenz-Ecke. Was? Die Gartenbau? Damit wird sich's spießen. Wieso? Na, warst du also jetzt in Wien und weißt nicht, dass jetzt ein Spital dort ist? Ach ja, richtig. Das hab ich ja ganz vergessen. Also natürlich... Na, aber du, hier bin ich auch nicht schlecht eingerichtet. Du, jetzt hab ich dir wieder ein Klavier und die Schlampen. Die Schlampen, der Schlampen, das Schlampen. Gut. Du, mir scheint, es kommt ein Regen. Ah, sie regnet. Geh mal. Geh mal. Floriansgasse. Zwei Hofräte. Ich bin neugierig, du. Also ich bin wirklich neugierig. Ob morgen in der Mittagszeitung, weißt ein, ein... Das ist nämlich meine Lieblingszeitung. Ob morgen also mein Gedicht erscheint. Gestern hab ich sie ja eingeschickt. Willst du das hören? Na, warte. Du hast wieder ein Gedicht gemacht. Ja, wirst gleich... Ach, wo hast denn? Wirst gleich merken, worauf. Also, pass auf. Wanderers Schlachtlied. Das ist nämlich statt Wanderers Nachtlied. Verstehst? Pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Über allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Aber du, das ist klassisch. Das ist ja von mir. Was? Von dir? Das ist doch nicht klassisch. Das ist doch von Goethe. Aber pass auf. Wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Also. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Über allen Gipfeln spürst du kaum einen Hauch. Der Hindenburg schlaft im Walde. Warte nur, Balde fällt Warschau auch. Ist das nicht klassisch? Also, pass ganz genau. Ich hab nur statt Vöglein Hindenburg gesetzt. Und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wann es erscheint, lasse ich mir das nicht nehmen. Ich schicke es dem Hindenburg. Ich bin nämlich ein spezieller Verehrer von ihm. Also du, das ist klassisch. Gestern hab ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Was? Ich hab's der Muskete einschicken wollen. Aber. Du hast dasselbe Gedicht gemacht? Na peinlich. Ja geht's dir nicht, dass... Ich hab aber viel mehr wie du verändert. Es heißt, beim Becken, pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Beim Weißbecken spürst du kaum einen Rauch. Ach, das ist ja ganz anders. Das ist ja mehr gespaßig. Die Bäcker schlafen im Walde, warte nur bald, hast nix im Bauch. Du, das ist ja förmlich Gedankenübertragend. Ja, aber jetzt hab ich mich umsonst geplagt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt mir, Ramein, ich hab dich paradiert. Der Abonnent und der Patriot. Also, was sagen Sie jetzt? Was sagen Sie zu Frankreich? Wissen Sie, was es dort gibt? Gefängnisstrafen für Verbreitung der Wahrheit in Frankreich. Sie meinen doch, die Dame, die gesagt hat... Auch, aber jetzt hat ein Herr gesagt. Natürlich. Ein Herr hat gesagt, Frankreich hat keine Munition. Und dafür gibt man ihm 20 Tage. Er hat gesagt, die Alliierten sind in schlechter Lage und Deutschland war für den Krieg geristet. Aber bitte schön, erklären Sie mir das. Ich verstehe nämlich diese Fälle nicht. Ist es also unwahr zu sagen, Deutschland war geristet, oder ist es wahr zu sagen, Deutschland war nicht geristet? Na, war denn Deutschland geristet? Na, also wie? Merken Sie sich ein für allemal. Deutschland ist bekanntlich überfallen worden. Schon im März 1914 waren sibirische Reglemente. Ja, natürlich. Deutschland war also vollständig geristet. Für einen Verteidigungskrieg, den er schon lange führen wollte. Und der Entente hat schon lange einen Angriebskrieg führen wollen, für den sie aber nicht geristet waren. Ja, sehen Sie, jetzt klärt sich mir der scheinbare Widerspruch auf. Manchmal glaubt man schon, es ist etwas wahr, und doch ist es unwahr. Na, in der Presse ist das oft sehr übersichtlich. In zwei Späuten nebeneinander. Und es hat den Vorteil, dass man ganz klar den Unterschied sieht zwischen uns und jenem. Noch, haben Sie gelesen, Blinderungen und Verwieserungen der italienischen Soldaten? Nicht weniger als 500.000 Kronen haben Sie in Graviska aus einer Panzerkasse genommen. Und außerdem noch 12.000 Kronen aus noch einer Kasse. Hab ich gelesen. Eine Bande. Was sagen Sie zu dem kolossalen Erfolg der Deutschen? Hab ich nicht gelesen. Wo steht das? Na, Frau, gleich daneben in der Spalten. Gold in der Beute von Novo Georgievs, war der Titel. Na, und wo ist das gestanden? Da ist gestanden, unter der Siegespalte von Novo Georgievs befanden sich auch zwei Millionen Rubel in Gold. Großartig. Was, die Ampergeln? Standort in der Nähe des U-Schock-Passes. Ein österreichischer General im Kreise seiner Offiziere. Später ein preußischer Leutnant. An keinem von uns, meine Herren, ist der Krieg spurlos vorübergegangen. Wir können sagen, wir haben was gelernt. Aber, meine Herren, fertig sind wir noch lange nicht. Da haben wir noch viel zu tun. Oh je. Wir haben Siege an unsere Fahnen geheftet. Schöne Siege, das muss uns der Neid lassen. Aber es ist unerlässlich, dass wir für den nächsten Krieg die Organisation bei uns einführen. Gewiss, wir haben Talente in Hülle und Fülle, aber uns fehlt die Organisation. Das haben die Deutschen vor uns voraus. Das muss ihnen der Neid lassen. Na, gewiss, auch wir haben vor ihnen manches voraus. Zum Beispiel das gewisse Etwas, den Charme, das schöne Sequoie, die Gemütlichkeit. Das muss uns der Neid lassen. Aber wenn wir in einer Schlamastik sind, da kommen halt die Deutschen mit in einer Organisation und... Wie kann ihr Brüder, solltet ihr mal fein gedulden. Das dicke Ende kommt nach. Na, sagen Sie mal, Excellenz. Könnt ihr Österreicher denn nicht von alleine mit dem ollen U-Schock fertig werden, was? Ja, was war denn nachher das? Ja, sehens, meine Herren, schneid, haben's. Und was die Hauptsache ist, halt die Organisation. Wien, 1916. Ringstraßen-Korso, Sirk-Ecke. Wenn Sie das Abendblatt gelesen hätten, würden Sie keinen Moment zweifeln. War es eine authentische Nachricht? Extra-Ausgabe, 100.000 tote Italiener, bitte. Wenn ich Ihnen sag, wirklich, Kramer gastiert ab 1. im Marienbad. Ja, Kuh, ihr Fahrzeuger, Opa! Na Gott sei Dank, da bleibt meine Frau länger. Die Götter gab es länger. Ich habe Kontakt, dein Schocker-Bericht. Grüß dich, Novotny. Grüß dich, Pokoni. Grüß dich, Povolny. Servus. Also du, du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du Rumänien? Meist, ich sag, es ist heute ein Treibuch. Wie Italien. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. Ach, da ist Ruß für 10 Keller. Ach, da im bayerischen Chassé. Pelle, die Post-Banier. Was ruft die? Venedig. Kaffee Venedig. Bist auch erschrocken? Ich bin auch erschrocken. Oh, weißt du, es ist nur das andere. Ach so. Habt ihr denn glaubt, dass die eigene... Na, ich hab glaubt, italienische Flieger. Na, warum? Bist halt ein Hausenfuss, du. Denkt euch, gestern habe ich eine Feldpostkarte gekriegt. Gewiss vom Falotta. Du, was macht er denn, der Falotta? Ist noch immer so ein Denker. Oder erlebt er schon was? Na, ich erleb jetzt auch viel im Karin. Der Krieg hat auch seinen Segen. Er ist ein gar strenger Lehrmeister der Völker, über die er seine Zuchtrute schwingt. Der Krieg ist auch ein Spender von Wohltaten, ein Erwecker edelster menschlicher Tugenden, ein prometheischer Erringer von Licht und Klarheit. Der Krieg ist ein wahrer Lebensspender und Lichtbringer, ein machtvoller Mahner, Wahrheitsverkündiger und Erzieher. Welch einen Schatz von Tugenden, die wir schon im Sumpfe des Materialismus und Egoismus unseres Zeitalters erstickt glaubten, hat doch dieser Krieg schon gehoben. Hast du schon Kriegsanleihezeichen? Und du? Extra-Ausgabe, halb Serbien, ganz erober! Ganz Serbien! Das ist doch gar nichts, habt ihr es gehört? Hunderttausend tote Kratzlmacher haben sie gefangen! Oh, da schau her, nix wie Trüppel! Wo wir hinschauen, unser Heinz schenkt sich schon in Hinzes nach. Wir haben die zwei Kinder sehen, in der Heimat, in der Heimat, in der Heimat... Wisst's was, geh mal zum Hopfen! Heides Stier, immer dieselben Menschen! Ja, weißt, mit Rumänien, das ist doch also kein Gespaß. Weißt, aber ich glaube, die Deutschen, die werden uns schon... Extra-Ausgabe, Sieg auf alle Linien, der Vormarsch der Rumänien! In Jena, zwei Studenten der Philosophie. Ach, Junge, ich sage dir, das Leben ist doch schön. Und der Sieger von Skagrak ist Ehrendoktor unserer Fakultät. Offenbar wegen seiner Stellung zu Goethe. Nein, du? Ja, Menschenskind, weißt du denn nicht? Er hat sich doch über das U-Boot-Gedicht von Goethe geäußert. Wie? Goethe hat prophetisch erkannt, Nein, nicht Goethe selbst. Ich meine, das berühmte Gedicht Unter allen Wassern ist U. Von Englands Flotte spürst du kaum einen Hauch. Mein Schiff war versenkt, dass es knallte. Warte nur balde. R-U-St. Du auch. Gottvoll. Also scheinbar sagt das ein englischer Kapitän, aber das ist doch eigentlich von Goethe, nicht? Na, und Scheer? Scheer hat sich darüber begeistert, geäußert, der findet es famos und wünscht, dass die Befürchtung des englischen Kapitäns bald in Erfüllung gehen möge. Oh, ja. Ja, nun verstehe ich, warum gerade eine so klassische Fakultät wie unser Jena. Na, das hätte Schiller einen gewiss gefreut. Unser Rektor hatte knapp vorher so einen faulen Friedensfatzke, das Verbot des Generalkommandos, vorgelesen, worin dem Kunden das Handwerk gelegt wird. Ja, ja. Nun ist also Scheer Doktor in Jena. Ach, tja. Schiller war Feldscheer. Dafür hat Hindenburg leider gar keine Beziehung zur Schönwissenschaft. Nee. Seitdem ihn damals Königsberg zum Doktor der Philosophie Honoris Causa gemacht hat, als er die Panjebrüder in den Tunke setzte, na ja, das musste man anstandshalber. Aber sonst, nie hat man auch nur ein Wort von ihm gehört. Na, hin und wieder doch so eine Sentenz wie immer feste Druff oder vorwärts. Ach, das wird vielleicht nicht von ihm sein. Na, aber eben jetzt hat er doch das Wort gebricht, ich warne vor den Miesmachern. Na, er hätte höchstens die Universität Berlin. In dem Wort ist so gar kein deutscher Zug. Na, wie hätte er es denn sagen sollen? Wie? Ganz einfach. Ein Hund fott, wer ein Miesmacher ist. Naja, es scheint ja tatsächlich nur die Marine in der Philosophie verankert zu sein. Oder umgekehrt. Wieso? Na, na, sieh mal, diese Zeitungsnotiz. In Kiel hat zu Pfingsten die Schopenhauer-Gesellschaft getagt, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Gedanken dieses großen, ebenso populären wie verkannten Philosophen zu verbreiten und im Bewusstsein der Menschen zu vertiefen. Den Abschluss der Tagung bildete der Besuch des Kriegshafens, wobei die kaiserliche Marine, vertreten durch Korvettenkapitän Schaper, die Teilnehmer durch Vortrag und unmittelbare Anschauung einschließlich wiederholter Tauchungen über die Geheimnisse eines U-Bootes größeren Typs unterrichtete. Ich wusste ja nicht, dass Schaper Schopenhauerianer ist. Berliner Vortragssaal. Ein Dichter am Pult. Und ob jeder Schritt über Fleischfetzen steigt, Kartätschen und Stacheldraht, die befohlene Linie wird erreicht. Schwatzt nicht von Heldentat. Wir tun unsere Pflicht. Das genügt. Jawohl! Über Kampfbefehle je Belebende schmettern die Geschütze ihrer schwebende Sphärenmusik. So ist es! Marsch, marsch, ruft Gott! Schützt euer Land! Schützt euer Kindervaterland! Bravo! Unsere grauen Kähne haben weiße Zähne, die blitzen los auf jeden Schuft, der nach des Kaisers Flagge pufft unterm deutschen Himmel. Bravo! Bravo! Der Kaiser, der die Flotte schuf, der steht mit Gott im Bunde. So ist es! Denn das ist Deutschlands Weltberuf. Es duckt die Höllenhunde. Unsere blauen Jungen haben rote Zungen, die zischen durchs Kanonenrohr. Dann fliegt der Feind durchs Höllentor unterm deutschen Himmel. Bravo! Bravo! Vorwärts, marsch, raus aus dem Bau! Durch, durch, knirscht's, knattert's im Drahtverhau! Und Lärchenjubel im Blauen! Nur Hurra! Hurra! Schweig, Wege, Kreisch! Marsch, marsch, blankes Eisen, ins feindes Fleisch! Und Lärchenjubel im Blauen! Kriegsgenossen, lasst uns singen! Sei geheiligt! Raus auf Erden! Raus auf Erden! Oh, frischer Himmel! Hauptquartier. Erzherzog Friedrich vor Offizieren. Und so schließe ich mit den Worten Seine Majestät, unser oberster Kriegsherr, lebe hoch, hoch, hoch. Ah, das ist der Büker. Der hat schon eine Auszeichnung. Ah, und das da ist auch ein Büker. Der hat auch eine Auszeichnung. Hm. Jetzt haben zwei Bükers eine Auszeichnung. Kaiserliche Hoheit! Der Rektor der Wiener Universität mit dem Dekan und Prodekan der Philosophischen Fakultät warten unterten ist auf die Erlaubnis, eurer kaiserlichen Hoheit das Ehrendoktorat der Philosophischen Fakultät verleihen zu dürfen. Vor dem Kriegsministerium. Servus! Wo gehst du hin? Hinau. Wozu? Mich UK stellen lassen. Und du? Ich auch. Und gehen wir halt miteinander. Ja. Ringstraße. Fünfzig Drückeberger. Der sollte reingezogen werden. Vor dem Kriegsministerium. Servus, wo gehst du denn hin? Hinauf. Wozu? Import. Und du? Export. Na, gehen wir heut miteinander. In einem Coupé. Liefertreten, Hygianer? Alleine Hochachtung. Hier, probieren Sie mal. Na, ich reife zu. Ach, mit einer Gebrauchsanweisung. Verfolgst du kämpfend den Franzosen, so jib ihm tüchtig auf die Hosen. Begegnest du dem Söldner Briten, so regaliere ihn mit Dritten. Siehst du von Weitem schon den Russ, so vorbereite dich zum Schuss. Zu große Nähe musst du meiden, weil Mitbewohner ihn begleiten. Gelungen. Doch ist zu diesen Heldentaten vorherige Kräftigung anzuraten. Stockt einmal Zufuhr von Proviant. Bewahr als eisernen Bestand hier diese Schachtel mit Tabletten, die dich vor dem Verhungern retten. Gebrauche sie noch in der Not. Verzehre sie nicht wie das Brot. Lass langsam sie im Mund zerfließen. Du stärkst dich und kannst dabei schießen. Sie stillen Hunger dir und Durst, ersetzen Fleisch und Brot und Wurst. Genieße sparsam Stück für Stück, kehr siegreich und gesund zurück. Wir wären dir zu Dank verpflichtet, schriebst du uns, was du ausgerichtet. Dr. Teinharz, Nährmittelgesellschaft, Stuttgart, Cannstatt. Aber die Verse sind nicht weniger bekömmlich als die Ware. Famoser Aufmachung. Ja, wir Deutsche sind nun mal das Volk der Dichter. Nee, da können sie nisch da wieder. Während der Sommschlacht, Parktor vor einer Villa. Eine Kompanie mit todesgefassten Minen marschiert vorbei in die vordersten Gräben. Der Kronprinz am Parktor, Tennisanzug, winkt ihnen mit dem Tennisschläger zu. Macht's brav! Wien 1917, Ringstraßenkorso, Sirk-Ecke. Extra-Ausgabe von die Brandenitagen der Italiener! Die amerikanische Note von Wilsong! Grüß dich, Novotny! Grüß dich, Pokorni! Grüß dich, Bobolni! Servus! Servus! Also du, du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du, Amerika? Pluff! Also natürlich. Ganz meine Anzeige. Ja, weißt du, ich glaub, das ist halt nur eine amerikanische Reklam oder sowas, nicht? Ach, Geschäft wollen's einfach machen. Steht halt in der Zeitung für ihren Busenes. Weißt, wann's rüsten, rüsten's gegen China. Ach, woher denn? Gegen Japan? Oh, der gegen Japan? Natürlich, das ist doch dasselbe. Weißt, ich verwechsel die immer. Pluff, sag ich. Erstens können's nicht wegen der U-Boot. Natürlich, jetzt. Was soll dazu verschärft sein? Na, weißt du, wann's schon rüberkommen. Mit denen ihrer Divisionen wird ein Regiment von uns spielen fertig. Aber spielend, mein Lieber, ritsch, obitrat. Ach, höchst die Zeit, dass er mal Frieden ist. Erlaubt du mir. Oh, dass man wieder in die Garten bauen kann. Ach so. Ja, das ist was, Andreas. Also, du bist doch politisch gebildet. Also, ich liest da immer, sie machen eine Blockade. Du, was ist das? Weißt, das ist ja so. Also, wir und die Deutschen, wir sammen einen Block, den's nicht besiegen werden. Aha. Na, und da dafür, da sperren's uns heute Lebensmittel und so. Ach, so ist das. Aha. Du, ist das wahr, dass die so zuschuld sind an einem Hofverrat von IPEM? Ja, Moment, Moment. Moment, du, mir scheint das Mensch da käme, ich da schau da drinnen. Ja, ja, was hab ich sagen wollen? Ach ja, du, was ist das eigentlich Belange? Ja, hergestellt. Das ist die von gestern. Ein Gusto-Menscherl. Wart's ich. Na ja, schön. Also, kommst du nachher zum Haupt. Na ja, sehr gut. Sollen wir wieder einiges Vordringen unserer Truppen? Mützel, schau die vielen Auszeichnungen. Der hat sich gwies gut geschlagen. Ich hab's rasend gern, wann sich die Leute gut schlagen. Als dann, ich versichere sie. Solange die Feinde eine Mentalität haben, wie sie jetzt... Ach, unsere Jungs überwinden diese Eindrüge spielend. Einer unserer hervorragenden Professoren hat festgestellt, die psychische Umschaltung tritt schon in der Etappe ein. Ihr seid hier ja im Hinterland lausier als wir an der Front. Nee, 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 Kinderchens. Bei euch, da sieht's nicht nach am Siegfrieden aus. Na, ist das eine Stimmung in eurem lieben Wien? Was, da staunt ja der Fachmann und der Laie, wundert sich. Nee, 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 nee. Hätte ich mir doch anders vor ihr gestellt. Ihr faulen Brieder macht ja einen Klamauk um den Frieden, als ob ihr ja nicht erwarten könntet. Dort stehen's schon angestellt für morgen. Och, von mir aus könnte Krieg noch zehn Jahre dauern. Mein Mann schickt mir alles, was ich brauch. Erste Versammlung in Berlin. Meine Herrschaften, dieser Mann ist der eigenartigste Fall, der mir bis heute untergekommen ist. Ein gütiges Geschick hat ihm mir aus der Schutzhaft zugeführt. Da es offenbar so viele Jahre Zuchthaus gar nicht gibt, als der Mann für seine Verbrechen zu erwarten gehabt hätte, so musste man nonens volens an die Psychiatrie appellieren. Um Ihnen, meine Herrschaften, gleich die volle Anschauung der Unzurechnungsfähigkeit des Patienten zu vermitteln, will ich nur hervorheben, dass der Mann coram publico, die Ansicht ausgesprochen hat, dass die Ernährungslage Deutschlands ungünstig sei. Also mehr als das. Der Mann zweifelt am Endsieg Deutschlands. Meine Herrschaften, aber nicht genug daran. Der Mann behauptet die Unzweckmäßigkeit des verschärften U-Boot-Krieges. Ja, des U-Boot-Krieges überhaupt. Ich habe mich sogleich überzeugt, dass er die Waffe als solche ablehnt. Und zwar nicht nur, weil er sie für unzweckmäßig, sondern weil er sie geradezu für unsittlich hält. Meine Herrschaften, der Mann leidet an der fixen Idee, dass Deutschland durch eine verbrecherische Ideologie, wie er den Heerenidealismus unserer Obrigkeit nennt, dem Untergang entgegengetrieben werde. Er findet, dass wir verloren sind, wenn wir uns nicht auf dem Höhepunkt unseres Siegeslaufs für geschlagen erklären, dass unsere Regierung, unsere militärischen Machthaber, beileibe nicht die englischen, Schuld daran tragen, dass unsere Kinder sterben müssen. Schon durch die Behauptung, dass unsere Kinder sterben müssen, dass also unsere Ernährungslage ungünstig sei, wäre ja die Sinnesverwirrung des Mannes glatt bewiesen. Ich habe Ihnen nun, meine hochverehrten Herrschaften und Kollegen von der internen Medizin, den Fall entwickelt. In der Hoffnung also, dass der Patient unter der Einwirkung ihrer maßgebenden Darlegungen sich zu Äußerungen hinreißen lassen werde, die uns die Entscheidung nach der einen oder der anderen Richtung leichter machen. Wenn unter Ihnen einer von den 93 Intellektuellen ist, die den Aufruf zum Krieg unterzeichnet haben, verlasse ich den Saal. Meine Herrschaften, ich will hoffen, dass Sie diesen Ausbruch weniger als ihn sollte, denn als Symptom werden werden. Ich selbst habe, wie Sie alle wissen, jenen Protest, der als Marzstein aus großer Zeit in den analen Fortleben wird, unterzeichnet. Und ich bin stolz darauf. Ich bitte nunmehr den verehrten Kollegen Boas, einen Versuch mit dem Patienten vornehmen zu wollen. Ich habe schon wiederholt die Erklärung abgegeben und ich bekräftige aufs Neue, dass eine Beeinträchtigung unserer Volksgesundheit durch die Einschränkung der Lebensmittel nicht stattgefunden hat. Als Tatsache kann betrachtet werden, dass wir mit der Hälfte der früher verbrauchten Eiweißrationen unserer Nahrung ohne Beeinträchtigung von Kraft und Arbeitsfähigkeit auskamen, ja, sogar unser Gewicht und körperliches Wohlbefinden noch steigern konnten. Sie versorgen sich vermutlich im Schleichhandel. Meine Herrschaften, meine Herrschaften, bedenken Sie doch bitte den Geisteszustand. Bitte, Herr Kollege, wie steht es mit der Säuglingssterblichkeit? Ein Punkt, der in der Fantasie unseres Patienten ständig wiederkehrt. Es hat sich gezeigt, dass von einer ungünstigen Einwirkung der Ernährungsverhältnisse auf die Säuglingssterblichkeit keine Rede sein kann. Sein darf, mein Herr! Was erhoffen Sie sich, Herr Kollege, von einer Fortsetzung des Krieges? Wir haben mit steigender Wohlhabenheit und Zunahme der Luxusernährung Raubbau an unserer Gesundheit getrieben. Jetzt haben Millionen von Menschen unter dem Druck der Entbehrungen den Weg zur Natur und Einfachheit der Lebensführung zurückzufinden gelernt. Sorgen wir dafür, dass die heutigen Kriegslehren unserer zukünftigen Generation nicht wieder verloren gehen. Bravo! Der Mensch hat ganz recht. Die vom Kurfürstendamm haben vor dem Krieg zu viel gefressen. Sie fressen aber auch jetzt noch zu viel. Da hat sich die Ernährungslage tatsächlich gar nicht verschlechtert. Was aber die zukünftige Generation der übrigen Bevölkerung anlangt, jener Kreise, die nicht Boas wegen Fettleibigkeit konsultierten, was die zukünftige Bevölkerung Deutschlands anlangt, so sehe ich sie rachitisch zur Welt kommen. Kinder als Invalide. Wohl denen, die im Krieg gestorben sind, die im Krieg geboren sind, tragen Prothesen. Ich prophezeie, dass der Wahnsinn des Durchhaltens und der Elende stolz auf die Verluste der anderen, der deutsche Männer ebenso auszeichnet, wie deutsche Megären die Begeisterung für den Heldentod ihrer Söhne, dass dieser perverse Geisteszustand einer Gesellschaft, die in einer organisierten Glorie atmet und sich von Selbstbetrug nähert, ein verkrüppeltes Deutschland hinterlassen wird. Frieden! Frieden! Was diesen Boas betrifft, so fordere ich ihn auf zu bestreiten, dass bisher rund 800.000 Personen der Zivilbevölkerung Hungers gestorben sind. Im Jahre 1917 allein um 50.000 Kinder und 127.000 alte Leute mehr als im Jahre 1913. Dass im Halbjahr 1918 mehr Deutsche um 70% mehr an Tuberkulose starben als damals im ganzen Jahr. Tuberkulose starben als damals im ganzen Jahr. Meine Herrschaften, wir waren soeben Zeuge des wildesten Ausbruches eines Vaterlandshasses, der unmöglich auf deutschem Boden gewachsen sein kann. Sehr richtig. Es ist der Geist der Flaumacherei, der dem Feind den Rücken stärkt und die Schwingen nähmt in einem Verteidigungskrieg den britischer Neid, britischer Gräbergeist, französischer Revarseldurst und russischer Raub, die uns aufgezwungen haben. Hier haben wir einmal einen typischen Fall vor uns. Ich kann nicht umhin zu betonen, dass der Mann mir von vornherein bedenklich war. Und nunmehr habe ich die Überzeugung gewonnen, dass wir es mit einem ganz schweren Jungen zu tun haben. So spricht kein Geisteskranker, meine Herren. So spricht ein Vaterlandsverbrecher. Ich kann Ihnen, meine Herren, des Weiteren verraten, dass der Mann durch sein reueloses Verhalten während der Schutzhaft, wo er die empörenden Angriffe gegen alles, was dem Deutschen heilig ist, fortsetzte, ja, sich sogar zu einer abfälligen Bemerkung über das deutsche Nachrichtenbüro hinreißen ließ, die Aufmerksamkeit der höchsten Kreise erregt hat und dass sogar eine Persönlichkeit, die uns allen ehrwürdig ist, unser Kronprinz, die Äußerung getan hat, man sollte dem Kerl eins in die Fresse hauen. Hurra, hurra, hurra! Ich danke, meine Herrschaft. Es wird von der Entschließung der betreffenden höchsten Stelle abhängen, ob eine solche Remedur, die etwa Strafverschärfung in Aussicht zu nehmen wäre, zur Anwendung gelangen soll. Unseres Amtes, meine Herren, ist es, uns glatt für inkompetent zu erklären, da die medizinische Wissenschaft mit diesem Fall nichts zu schaffen hat und in der Obhut der maßgebenden kriminellen Faktoren zu übergeben. Danke, meine Herrschaft. Schutzmann, im Namen des Gesetzes, da kommen Sie mal mit. Faktoren, im Namen des Gesetzes, da kommen Sie mal mit. Wohnung der Familie Durchhalter. Eis, dann sieht's aus die Sandalen aus. Man hört ja sein eigenes Wort nicht. Mutter, gibt's heute wieder nix zu essen? Du freches Ding, ich werd das lernen. Eis, das ist der Vater. Er hat sich angestellt um Steckriben. Hoffentlich bringt er Wöche. Vater, Vater, Brot! Vater, Vater, Brot, bitte! Kinder, wisst's was? Russland verhungert! Ein Berliner Kino. Nun folgt die erste Vorführung des großen Sommerfilms. Sie werden in diesem Film die Sommerhelden zu sehen bekommen. Blühende Jugend, unter klaute Männer in gleicher Weise verbitterten Kampf gestellt, stürzen und springen, stürmen und kämpfen zwischen fliegenden Feuern und hagelnden Geschossen und schwanken von Mienen zerstäubtem Erdreich in der zerwalmenden Werkstatt des brüllenden unsichtbaren Krieges. In drei Teilen entrollen sich Szenen der furchtbaren Herbstschlag 1916, mit dem die große Hoffnung der Feinde ins Grab sank. Imponierend dröhnen die dritte unübersehbare deutsche Reservisten. Im Feuer der eigenen Landsleute bringen deutsche Krieger, behutsam französische Frauen, Greise und Kinder in Sicherheit. Die ungeheuer moderner Kriegsmaschinen öffnen ihre blitzenden Mäuler. Die furchtbarsten Waffen unseres technischen Zeitalters spielen auf. Aber dahinter stehen die Menschenleiber, die den toten Maschinenleben einhauchen. Über Minenfelder, Hindernisse, durch Sprengstoff schwangere Gassen des Todes hinein, zum heißen Nahkampf. Die Handgranate mäht von Graben zu Graben in die Hauptstellung hinein. Die eigene Artelie schöpft Luft und streut Entsetzern in die feindlichen Reserven. Graben auf Graben wird erobert. Dieser Film reicht sich zu den schönsten, zu den eindrucksvollsten aus dem jetzigen Weltkriege. Emil, benimm dir! Kraguljewatz, Militärgericht. Sollte sich aufhängen, ja? Sowas. Sind die drei Todesurteile ins Reine geschrieben, ja? Na, die über die drei Burschen aus Kalowa, meine ich, die Quere gehabt haben. Jawohl, aber da möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen. Na, was denn? Da habe ich die Entdeckung gemacht, dass die erst 18 Jahre alt sind. Na und? Was wollen Sie damit sagen? Ja, da dürfen sie aber nach dem Militärgesetz nicht hingerichtet werden. Da muss das Urteil auf schweren Kerker abgeändert werden. Ach, gib's her. Na ja, da werden wir nicht das Urteil, sondern das Alter auch beendern. Das sind ja sowieso stattliche Burschen. Und da schreiben wir halt statt 18, 21. So, jetzt kann man sie ruhig aufhängen. Wachstube. Aha, da ist schon wieder so ein syphilitischer Schlampen. Und verlaust es. Die kenne ich eh. Die ist wegen Diebstahl abgestraft. Und wegen Fagabundage, was auch schon eingeliefert. Im Spital, was eh schon. Wie alt bist du denn? Wem gehst du denn? 17 bin ich. Der Vater, der ist eingerückt. Und die Mutter, die ist gestorben. Seit wann bist du denn bei dem Leben? Seit 1914. Wien, 1918. Abend. Sirkecke. Nasskalt. Es regnet von unten. Der Abend, 8 Uhr, Blatt. Grüß dich, Novotny. Grüß dich, Pokorni. Grüß dich, Popolny. Servus. 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 Also du, du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du Bulgarien? Weißt du, ich sag gar nicht ignorieren. Aber natürlich. Friedensversuche, Dendente. Stierheit. Ja. Weißt, im KM hat heute der Schleppitschka von Schlachten 3 gesagt, wir nähern uns dem Riesen mit Friedensschritten. Äh, oder nein, wir nähern uns dem Frieden mit Riesenschritten. Du, sag mal, ist das wahr? Das ist doch optimistisch, hm? Pessimistisch ist das. Naja, oder pessimistisch, ja, ja. Weißt, er hat gesagt, in der Türkei ist ein kranker Mann. Und dann kommen wir dran. Und das verstehe ich nicht. Also wieso? Oh, er meint heute Lager und so. Ach so. Heut seien gar keine Menschen zu sehen. Der Verlobter kommt heute. So. 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 Im Krück kriege es 50-fache. Ja, wisst ihr, wie sie ihn drinnen nennen im KM den Verlobter? Na? Held nennen sie ihn. Held nennen sie ihn. Held? Held? Wieso? Verstehst nicht? Er war doch an der Front. Er sagt, dort wäre ihn lieber. Na, sollst du ihn doch nicht zurückhalten. Leben und leben lassen, ist doch wahr, ne? Grüß euch Kinder. Ah, grüß dich, Held. Grüß dich, Held. Wieso Held? Ja, gepflanzt doch wer anderen. Frische Feigelung, Feigelung frische. Na, wie ist denn gegangen? Bist froh? Geh erzähl beim Hopfen. Na ja, komm mit, bist der Fischhack. Nicht? Oh, wie war's draußen? Na, fest war's. Der Strich ist wie ausgestorben. Na, du erzähl. Also, wie geht's also? Na, man lebt so. Na, kommt's weg dann. Nix wie Krippel. Extra-Ausgabe. Die Millionenverluste, die Entdämpfte. Etappe Fommier. Also, wenn auch die Miesmacher von beiden Seiten kommen, von der Front und vom Hinterland. Wir in der Etappe werden uns den Krieg nicht verekeln lassen. Bei uns sauft und hurt man noch ganz tüchtig. Da deutet nichts auf einen Verzichtfrieden. Der Kronprinz, der hat einen richtig gehenden Haaren. Erst neulich hat er einen famosen Zuwachs bekommen. Und die Eltern, die etwas dagegen hatten, die hat er einfach abschieben lassen. Nur, die Sache im Westen wird gemacht. Und schließlich, was will denn das Hinterland? Wir schicken ihm ja, was wir können. Ich höre, dass bei Wertheim schon die Kriegsbeute von Lille verkauft wird. Das muss ich nach Hause schreiben. Wie fein wir hier jetzt raus sind. Am 8. Mai. Lieber Freund, ich bin dem Requisitionsdienst der Etappe Fommies zugeteilt. Wir nehmen der französischen Bevölkerung alles. Blei, Messing, Kupfer, Kork, Öl und so weiter, Kronleuchter, Kochherde. Alles, was von fern und nah zusammenkommt, wandert nach Deutschland. Ist oft sehr unangenehm, den jungen Frauen ihre Hochzeitsgeschenke wegzunehmen, aber die Kriegsnotwendigkeit zwingt uns dazu. Zusammen mit einem meiner Kameraden habe ich neulich einen hübschen Fang gemacht. In einem vermauerten Zimmer fanden wir 15 Musikinstrumente aus Kupfer. Ein ganzes Orchester. Kannst dir die Wut der alten Hexe vorstellen, der die Sachen gehörten? Ich habe sehr gelacht. Der Kommandant war sehr zufrieden und wir sollten sogar eine Belohnung bekommen. Vielleicht auch noch dazu das Eiserne Kreuz. Und dann, dann gibt es hier junge, hübsche Mädchen, die hübsch zu entjungfern sind. Es grüßt dich. Zirkus Busch, Massenversammlung für einen deutschen Frieden. Im Westen Lombi und Brier und die flämische Küste wird nicht wieder herausgegeben. Im Osten die bekannte Festungslinie, die Ostpreuße nie mehr bedrohen darf, muss in irgendeiner Form in unserer Hand bleiben. Kurland und ein Stück von Litauen wird nicht wieder herausgegeben. Verbunden sind mit Kurland, Liefland und Estland. Dort flattert die Notflagge. Da müssen wir helfen. Ein fester Grund ist unser Wort. Ein guter Wert und Waffen. Verehrte Volksgenossen, ich werde mich kurz fassen. Ich habe nur eine Forderung, die uns alle beseelt vorzubringen. Fort mit dem Weltgewissen. Ruhe! Bin weg mit dem Weltbrüdergeist. Das deutsche Machtgewissen allein sei unser Gebieter und Führer. Sein Losungswort lautet, mehr Macht, mehr deutsche Macht. Wen sein Weltgewissen oder sein Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber der Menschheit etwas anders reden oder schreiben lässt, als was es deutschen Schwertes Machtsprache gebietet, der ist und bleibt ein armseliger politischer Träumer, ein grüber Wolkenwandler. Meine verehrten Anwesende, ich werde mich kurz fassen. Denn die Richtlinien für einen deutschen Frieden stehen so klar vor uns alle Augen, dass wir sie mit Händen greifen können. Eine Versöhnung Frankreichs durch Güte ist unmöglich. Wir müssen Frankreich so ohnmächtig machen, dass es niemals wieder angreifen kann. Dazu ist notwendig, dass unsere Westgrenze weiter vorgeschoben wird. Die nordfranzösischen Erstlager müssen uns zufallen. Das ehemalige Belgien darf militärisch, politisch und wirtschaftlich nicht mehr aus der Hand gelassen werden. Wir brauchen ferner ein großes afrikanisches Kolonialreich. Um das sicherzustellen, benötigen wir Flottenstützpunkte. Eine unerlässliche Bedingung ist die Vertreibung Englands aus dem Mittelmeer, aus Gibraltar, Malta, Zypern, Ägypten und seinen neuen Eroberungen im Mittelmeer. Gott schlage England! Dazu käme natürlich eine Kriegsentschädigung. Namentlich in der Weise, dass die Feinde gezwungen würden, einen erheblichen Teil ihrer Handelsflotte uns zur Verfügung zu stellen, uns Gold, Nahrungsmittel und Rohstoffe zu liefern. Hurra! 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 Ferner! Im Dorfe Postabitz. Eine Frau sitzt an einem Tisch und schreibt. Innigst geliebter Gatte, ich teile dir mit, dass ich mich verfehlt habe. Ich kann nichts dafür, lieber Gatte. Du verzeihst mir schon alles, was ich dir mitteile. Ich bin in Hoffnung geraten von einem anderen. Ich weiß ja, dass du gut bist und mir alles verzeihst. Er hat mich überredet und sagte, du kommst so nicht mehr zurück vom Felde und hatte dazu meine schwache Stunde. Du kennst ja die weibliche Schwäche und kannst nichts Besseres als verzeihen. Es ist schon passiert. Ich dachte mir schon, dir muss auch schon was passiert sein, weil du schon drei Monate nicht mehr geschrieben hast. Ich bin ganz verschrotten, als ich deinen Brief erhalten habe und du noch am Leben warst. Ich wünsche es dir. Aber verzeih es mir, lieber Franz. Vielleicht stirbt das Kind und dann ist alles wieder gut. Ich mag diesen Kerl nicht mehr, weil ich weiß, dass du noch am Leben bist. Bei uns ist alles sehr teuer. Es ist gut, dass du fort bist. Im Feld kostet dich wenigstens das Essen nichts. Das Geld, was du mir geschickt hast, kann ich sehr notwendig gebrauchen. Es grüßt dich nochmals, deine, dir unvergessliche Frau Anna. Wien 1917. Eine menschenleere Gasse. Es dunkelt. Plötzlich stürzen von allen Seiten Gestalten herbei. Jede mit einem Stoß bedruckten Papiers. Atemlos. Korribanten und Menaden rasen die Gasse auf und ab. Toben scheinen einen Mord auszurufen. Die Schreie sind unverständlich. Manche scheinen die Meldung förmlich hervorzustöhnen. Es klingt, als würde das Weh der Menschheit aus einem tiefen Ziehbrunnen geschöpft. Dann der Nörgler am Schreibtisch. Die Antwort ist da. Das Echo meines blutigen Wahnsinns. Und nichts mehr tönt mir aus der zerschlagenen Schöpfung als dieser Laut. Aus dem zehn Millionen Sterbende mich anklagen, dass ich noch lebe, der Augen hatte, die Welt so zu sehen und dessen Blick sie so getroffen hat, dass sie wurde, wie ich sie sah. War es gerecht vom Himmel, dass es geschah, so war es doch ungerecht, mich nicht eher zu vernichten. Habe ich diese Erfüllung meiner Todesangst vor dem Leben verdient? Ich bewahre Dokumente für eine Zeit, die sie nicht mehr fassen wird oder so weit vom Heute lebt, dass sie sagen wird, ich sei ein Fälscher gewesen. Doch nein, die Zeit wird nicht kommen, das zu sagen. Denn sie wird nicht sein. Ich habe eine Tragödie geschrieben, deren untergehender Held die Menschheit ist. Gibt es Schuldige? Nein. Sonst gäbe es Rächer. Sonst hätte der Held Menschheit sich gegen den Fluch gewährt, der Knecht seiner Mittel zu sein und der Märtyrer seiner Notwendigkeit. Gäbe es Schuldige, Die Menschheit hätte sich gegen den Zwang gewährt, Held zu sein zu solchem Zweck. Den Einzelnen, die es befahlen, hätte die Einheit geantwortet. So müsst ihr weiter sterben für etwas, was ihr die Ehre nennt oder die Bukowina und wovon ihr nicht wisst, was es ist, was aber wieder nur die Waffe selber ist. Oh, dass man doch, wenn man mit heiler Haut, ob schon verhärmt, verarmt, gealtert aus diesem Abenteuer entkam, durch den Zauber einer allerhöchsten Vergeltung die Kraft empfinge, sie, die stets überlebenden Redelsführer des Weltverbrechens, Einzelweis zur Verantwortung zu ziehen, in ihre Kirchen zu sperren und dort, ganz wie sie es serbischen Greisen getan haben, jeden Zehnten sein Todes losziehen zu lassen. Dann aber nicht zu töten, nein, zu ohrfeigen und also anzureden. Was? Ihr wusstet nicht, ihr Buben, ahntet nicht, dass die Folgen einer Kriegserklärung unter Millionen Möglichkeiten des Schauders und der Schmach auch die wären, dass die Kinder keine Milch, die Pferde keinen Hafer haben und dass man noch fern vom Schuss an Methylalkohol erblinden kann, wenn es denn im Kriegsplan des Wuchers beschlossen wäre. Wie, ihr ermasset nicht das Unglück einer Stunde vieljährigen Gefangenenleids, eines Seufzers der Sehnsucht und der beschmutzten, zerrissenen, hingemordeten Liebe. Wart nicht einmal fähig der Vorstellung, welche Höllen aufgetan sind einer Qualenminute mütterlichen Hinaushorchens durch Nächte und Tage dieses jahrelangen Wartens auf den Heldentod. Und ihr hattet übersehen, dass, wenn ihr sämtliche Menschen in die Uniform stecktet, sie nun alle unaufhörlich einander salutieren müssten und merktet nicht, dass diese Gebärde eines Tages plötzlich nur mehr der Griff an die Stirn war, der den Zweifel an dem wechselseitigen Verstand betraf. Und ihr dort, ihr Gemordeten, standet nicht auf gegen diese Ordnung. Ertruget die Freiheit und das Wohlleben der Pressstrategen, Parasiten und Possenreißer wie euer Unglück und euren Zwang und wusstet, dass sie für eure Martern Ehrenzeichen bekamen, laget in verwundeten Zügen, die das Gesindel abschildern durfte, brachet nicht aus, desertiertet nicht in den Heiligenkrieg, uns hinten von dem Todfeind zu befreien, der uns täglich mit Lügenbomben das Gehirn belegte und starbet für dies Geschäft, lebte das Grauen durch, um unser Grauen zu verlängern, die wir hier zwischen Wucher und Not hindurchkeuchten und zwischen den Martern entgegensetzen, gemästeter Frechheit und lautloser Schwindsucht. Oh, ihr hattet weniger Gefühl für uns als wir für euch, die wir jede Stunde dieser Jahre, welche sie euch aus dem Leben rissen, von ihnen hundertfach zurückfordern wollten und die an euch immer nur die Frage hatten, wie werdet ihr aussehen, wenn ihr das überlebt? Erkrankt, verarmt, verludert, verlaust, verhungert, verendet, gefallen, zur Hebung des Fremdenverkehrs. Sie haben eure Haut zu Markte getragen, doch auch aus der Unsand schnitt sich ihr Lebenssinn seine Geldtasche. Ihr aber hattet Waffen und zoget nicht in dies Hinterland und kehrt nicht um von jenem Feld der Schande in den ehrlichsten Krieg, uns und euch zu erretten. Und steht nicht als Tote aus euren Erdlöchern auf, das Gezücht zur Verantwortung zu ziehen, ihnen im Schlaf zu erscheinen, mit dem verzerrten Antlitz, das ihr in der Stunde des Ablebens trugt, mit den glanzlosen Augen eurer heldischen Wartezeit, mit der unvergesslichen Maske, zu der eure Jugend von dieser Regie des Wahnsinns verdammt ward. Weckt ihren Schlaf durch euren Todesschrei, stört ihre Wollust durch die Erscheinung eurer Leiden. Sie konnten Weiber umarmen in der Nacht nach dem Tage, an dem sie euch erwürgt hatten. Rettet uns vor ihnen, vor einem Frieden, der uns die Pest ihrer Nähe bringt. Rettet uns vor dem Unglück, heimgekehrten Henkern im Zivilberuf zu begegnen. Einen, nicht euren Tod. Euer Erlebnis will ich rächen an jenen, die es euch aufgebunden haben. Ich habe sie zu Schatten geformt, die sie sind und die sie in Schein umlügen wollten. Ich habe ihnen das Fleisch abgezogen, aber den Gedanken ihrer Dummheit, den Gefühlen ihrer Bosheit, dem furchtbaren Rhythmus ihrer Nichtigkeit gab ich die Körper und lasse sie sich bewegen. Ich habe das Wesen gerettet, und mein Ohr hat den Schall der Taten, mein Auge die Gebärde der Reden entdeckt und meine Stimme hat, wo sie nur wiederholte, so zitiert, dass der Grundton festgehalten blieb für alle Zeiten. Und hörten die Zeiten nicht mehr, so hörte doch ein Wesen über ihnen. Ich habe nichts getan, als diese tödliche Quantität verkürzt, die sich in ihrer Unermesslichkeit auf den Unbestand von Zeit und Zeitung beriefe. All ihr Blut war doch nur Tinte. Nun wird mit Blut geschrieben sein. Dieses ist der Weltkrieg. Dies ist mein Manifest. Ich habe alles reiflich erwogen. Ich habe die Tragödie, die in die Szenen der zerfallenden Menschheit zerfällt, auf mich genommen, damit sie der Geist höre, der sich der Opfer erbarnt, und hätte er selbst für alle Zukunft der Verbindung mit einem Menschenohr entsagt. Er empfange den Grundton dieser Zeit, das Echo meines Blutchenwahnsinns, durch den ich mitschuldig bin an diesen Geräuschen. Er lasse es als Erlösung gelten. Liebes Mal bei einem Chorkommando. Das Gelage neigt sich dem Ende zu. Ja, der Olle Noa, der hat's gewusst. Na, Prösterchen. Ach, der Herr. Meine Herren. Also, nachdem unser Offizierschor ein vierjähriges, beispielloses Ringen, also gegen die Übermacht einer Welt überstanden hat, also setze ich das Vertrauen auf meinen Stab, indem ich überzeugt bin, ihr wäre auch fern ihn unerschrocken, tunlichst die Spisse zu bieten. Kampf gestellt gegen unsere Heldemüdigen Soldaten, diese braven, gehen sie neuen Siegern entgegen. Der heutige Tag, der heutige Tag, meine Herren, wird einen Markstein bilden in der Geschichte unserer glorreichen Wehrmacht immer da. Jawohl. Sein Meister, Herr Deutsche Kaiser, unsere Majestät, unser oberster Kriegsherr, unser eurer genäßter Kaiser und König, mitsamt dem angestammten Herrschhausen, sie leben. Ach, 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 was wir wissen da, Exzellenzbietige, ausnahmst Handgranaten. Das sind ja Eisbomben, die heißen es bei uns nämlich Handgranaten aus, ist in Gottes Namen. Handgranaten, Herr! Handgranaten, Herr, dann haben wir doch noch mal. Nein, die österreichische Ausschneidige Kerle. Wir haben kürzlich Metzelsuppe und den Schlachtpastete mit Blutwurst gehabt. Nein, zum guten Ende gab es dann Torpedos mit Schlagzahlen. Wer sorgt für solche Gäste, so wie es bei uns geschieht. Hier springt, versinkt wird feste, doch immer mitgemüht. Frau, 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 auf das deutsche U-Boot! Ho, ho, ho! Exzellenz, ich bin kein Wortemacher. Und ein Toast zu leisten dazu reicht nicht mehr. Dazu ist euer Ungarweiz. Aber so viel kann ich noch sagen. Ihre Worte, Ihre Worte haben auch zu meinem deutschen Herzen gesprochen. Wo Disziplin fehlt, kommt das dicke Ende nach. Der schlappe Geist, der bei euch Österreichern in eurem Hinterland hört, würde unfehlbar auch die Front zum Wanken bringen. Das ist die deutsche Organisation! Ja, oh, oh, ja, auch wir, meine Herren, auch wir, wir folgen unsere Feind. Na, war noch was? Was habt's denn? Ja, wer tummelt denn da? Ah, der Telefonoffizier! Exzellenz! Ach, das ist der Zeug nach meinem Fuß. Die Stellung zusammentrommelt, Annäherungsräume liegen ohne schwerem Vernichtungsfall. Also diese Kinesi-Sauce, die verderben einem die schönsten Erfolge. Das ist auch, 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 also gar nicht ignorieren. So, jetzt mal her. Reserven eingesetzt, Abschnittsreserven vollkommen aufgebraucht, Batterien müssen in Aufnahmestellung zurückgenommen werden. Ja, dann auf Wetter noch mal! Nicht, weil er eins sind. Heute brauche ich einen, einen klaren Kopf. Es scheint, dass euch lieben Österreichern die Friedensoffensiven denn doch besser gelingen sollen. Na, hoffen wir, dass Hindenburg da mal zum Rechten sehen wird. Schließlich ist es ja doch wieder an uns gekostet, aus dem, aus dem direkter heraus. Oh, meine Herren, wir sind stolz, stolz, dass wir Schulde an Schulde mit unseren Kampfgestellen Bundesgenossen in schimmernder Wehr, Männern, ich trinke auf die Nippel und Treue, in diesem Bündnis, das jetzt ausgebaut haben. Und, 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 und vertieft. Ja, wohl, ja, wohl, vertieft. Ja, wohl, ja. Ich war am Rhein. Danke, meine Herren, danke Ihnen. Süßke Einzeile des Pfarrerzellands, mein Kölzer, ja. So, Dankeschön, aber nur mal wieder ohne feierlichen Klimbim, wenn ich bitten darf, ja? Also, die Bonne Janspi heben wir uns dann für den Tag des Siegels auf. Oh. Na, jetzt mal wieder eines eurer köstlichen österreichischen Lieder von eurem prächtigen Lehar. Lehar. Seht doch noch, bist du für uns so viel Freude gebracht. Jawohl, was? Hey, Spitz, Spitz, sag Schnucki zu mir. Schnucki, was ist denn das schon wieder? Also, also Schnucki, gut, Frau Moos. Ja, 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 ja. Aber was, was ist denn mit unseren Feldmatratzen, he? Aber die sind ja halt ganz stark. Was sind sie nicht mit? Au, 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 au. Na, was ist denn, was ist denn, was ist denn, komplimente machen darf man auch nicht mehr, na? Immer der mit seiner Anzüglichkeit. Nun, die Sporslabeln. Die Sporslabeln. Ja, also, die hört auf, was ihr für oldige Namen habt. Was ist denn das wieder für ein Ding, was? Schon wieder der Diensthabende. Was ist denn los? Die Spitzen der rückwürdigen Division erreichen bereits den Stand des Chorkommandos. Die gesamte Achtillerie wurde im Stich gelassen. Die Straßen sind vom geprofften Tränen gesperrt. Die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavalerien färbst nachdrängen. Na nun, der Musik wird so schlecht. Spielt man auf dem Friedhof La Barcelle? Nein, 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 nein. Spielt's auch, ist es gut. Spielt's wieder. Nobel geht die Welt zu groß. Ja, also, Spielt's. Schön war der Tanz, aber Spieltanzer nicht. Spielt's, der schöne blaue Donner. Ex-Renz, die Pöschel. Was? Was ist, Herr Tepech? Was? Meinten uns, dass sie mir eine Bagage übereinander sollen sie ein paar frische Regimente einwetzen? Antreiben! Antreiben! Alles geschwind, geschwind! Was ist los? Ach was? So, die Gasgranaten gehen auch nicht. Sauwirtschaft übereinander! Was ist denn, was ist denn? Was ist denn? Was heißt das? Warum schießen Sie damit mehr? Ach, das ist nicht schön. Äh, gut, sehr. Also, ich hab noch ausdrücklich, also, das ist wirklich nur bei uns möglich. Was hab ich der Bagage entschärft, wenn er in Patrone fällt, kannibarisch trafen, mit kräftigem Hurra, ungestüm aufgegne, stöße ich. Ihm noch auf kurse Distanz einzeln, wenn die Nase brennen, das sofort mit dem Beil näht in die Rippen, und was hab's gemacht, diese Frösschweine aufhängen, ich war derjenige, ich hab's immer vorausgesagt, dieser potenlose Leichtlin, unausrotzbar, nichts, nichts als Fressen, und Menschen, da dran sind diese Krüppelschuld vorne, diese, diese Frösschweine, diese... Ja, aber es ist ja geschehen, nix, Schoßnahmen sind untergekriegen. Ach, wo waren die Maschinen quer, zum Antreiben, ah, äh, 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 schupte, Ja, da, los, nach einem vierjährigen, beispiellosen Ringen, ging ein Vorbild, welcher übermacht, und ist noch ein... Da kommst, am Ende, da... Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Du... Du... Seins... Spitz! Spitz weiter! Der Reihe nach steigen die folgenden Erscheinungen auf. Bei der vordersten Linie in den Karpaten, es ist alles ruhig. In den Schützengräben stehende Leichname, Mann neben Mann, das Gewehr im Anschlag. Kalt war die Nacht, wer hat diesen Tod erdacht? Oh, ihr schläft in Betten, dass euch das Herz nicht bricht. Die kalten Sterne retten uns nicht, und nichts wird euch erretten. Ein toter Wald, alles ist zerschossen, abgehauen und abgesägt. Hüllenloses Erdreich, aus dem sich nur ab und zu ein paar kranke Bäume erheben. Durch eure Macht, durch euer Mühen, bin ich ergraut. Einst war ich grün, seht meine jetzige Gestalt. Ich war ein Wald, ich war ein Wald. Der Seele war in meinem Dom, ihr Christen hört, ihr ewiges Rom. In meinem Schweigen war das Wort, und euer Ton bedeutet Mord. Fluch euch, die mir das angetan, nie wieder steige ich Himmel an. Wie war ich grün, wie bin ich alt. Ich war ein Wald, ich war ein Wald. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist krechzend die Beute. Immer waren unsere Nahrung die hier, die um Ehre starben. Aber eure Herzenspaarung macht das Raben nimmer darben. Wir, die wir uns nie bewarben, Nahrung haben wir erworben. Ihr nicht, wir nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Ihr und wir vom Siege schnarrn, wenn die Opfer sich vermehren, Weil im Reiche rings die Narren euren unserem Ruf nicht wehren. Waren Generale Raben schnarrten von Phrasen dort im Saale. Draußen sind sie unbegraben, da sind Raben Generale. Dürft getrost die Schlacht verlieren. Wir und ihr in keinem Falle müssen uns vor uns schenieren. Kriegsgewinner sind wir alle. Wären wir zum Fraß vereinigt, brauchen wir nicht zu entbehren. Hunger hat uns nie gepeinigt, seit wir folgen euren Heeren. Eure Schlachtbank lässt nie darben, ihre angestellten Kunden. Raben haben, seit sie starben, immer Nahrung noch gefunden. Schlachtfeld, Trichter, Rauchwolken, sternlose Nacht. Der Horizont ist eine Flammenwand, Leichen Sterbende. Hauptmann, hol her das Standgericht! Ich sterb für keinen Kaiser nicht! Hauptmann, du bist des Kaisers nicht! Bin tot ich, salutiere ich nicht! Wenn ich bei meinem Herrn wohne, ist unter mir des Kaisers Thron und hab für sein Geheiß nur Hohn. Wo ist mein Dorf? Dort spielt mein Sohn. Wenn ich in meinem Herrn entschlief, kommt an mein letzter Feldpostbrief. Es rief, es rief, es rief, es rief, es rief! Oh, wie ist meine Liebe tief! Hauptmann, du bist nicht bei Verstand, dass du mich hast hierher gesandt! Im Feuer ist mein Herz verbrannt! Ich sterbe für kein Vaterland! Ihr zwingt mich nicht! Ihr zwingt mich nicht! Seht, wie der Tod die Fessel bricht! So stellt den Tod vor Standgericht! Ich sterbe doch für den Kaiser nicht! Zwei Kriegsberichterstatter! Ich finde es gut, hier stehen zu bleiben! Ich habe den Mut, diese Schlacht zu beschreiben! Ja, hier wie mir scheint gar noch was geschehen! Der Punkt ist vom Feind sehr gut eingesehen! Hier liegen die Helden! Hier ist es bewegt! Und wenn wir es melden, ist Aufsehen erregt! Es imponiert ja doch allen! Authentisch mit Bildern ist einer gefallen, die Stimmung zu schildern! Wir sind gern informiert von besonderer Seiten! Was mich interessiert, sind die Einzelheiten! Sie machen es zum End ein verklärtes Gesicht! Ich brauche den Moment, wo das Auge Ihnen bricht! Sie sind doch gescheit! Solange Sie am Leben ist hinreichend Zeit, eine Schilderung zu geben! Was haben Sie empfunden? Was haben Sie sich gedacht? Wir brauchen die letzten Stunden! Wie war denn die Schlacht? Schau uns, das wird gutiert! Auf Details ich schon spitz! Und die Heldentod wird eine schöne Notiz! Dies Detail schon allein hat für das Platz einen Reiz! Und der Chef gibt mich ein für das eiserne Kreuz! Geschwinde! Geschwinde! Seht, wie ich mich schwinde! Verbinde, Herr Doktor! Verbinde! Verbinde! Seit so vielen Stunden mit so vielen Wunden! Sie bluten! Sie bluten! Sie sind nicht verbunden! Nur noch wenige Minuten! Lasst mich doch nicht verbluten! Verbinde! Geschwinde! Ihr müsstet euch sputen! So seht doch, wie mir schon der Atem entschwindet! Geschwinde, Herr Doktor! Verbinde! 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 Sie liegen, was der von mir will! So bleiben Sie doch liegen und halten Sie still! Für einen Gemeinen ist das eine Ehe! Ihr Bild wird erscheinen! Was wollen Sie mehr? Gemma! Hier ist Stier! Hier ist doch nichts los! Gemma ins Pressequartier! Vor dem Gegenstoß! Es lohnt nicht zu bleiben! Bin ich ein Held? Also was soll man schreiben? Ein Erlebnis im Feld! Ein Erlebnis im Feld! Die letzten Reserven der Wissenschaft! Der vielen Wunder aus deutschen Meeren! Wir bringen das Radikalste zu Ehren! Um zu widerlegen dem Meer von den Hunnen, griffen wir tief in den deutschen Märchenbrunnen! Der Erzähler bin ich! Denn ich bin der Erfinder! Bestimmt ist's für ungehorsame Kinder, die immer noch glauben, wir seien die Barbaren! Wiewohl wir elektrotechnisch verfahren! Das praktische Märchen, das poetische Mittel, es trägt nach meinem Namen den Titel! Ich stelle mich vor, bin Herr Abendrot aus Berlin und leuchte zu frühem Tod! Es war einmal, so will ich beginnen, mir meine Hörerschaft zu gewinnen, es war einmal eine Lungenpest! So bös, dass sie kaum sich beschreiben lässt! Die Wissenschaft hatte sie längst schon begraben und jetzt, wo man sie braucht, war sie nicht mehr zu haben! Nun hilft dir die Wissenschaft wieder empor! Denn die hat für strategische Wünsche ein Ohr! Sie verhalf schon zu allen den Surrogaten, die uns das Leben ersetzen! Den Kaffee, den Braten! Und so ersetzen wir nun, MW, auch den Tod durch das praktische Mittel, Abendrot! Die Welt ins Spital oder Friedhof zu wandeln, mussten wir oft zu geräuschvoll handeln! Nun hoffen wir die Position uns zu stärken, denn der Feind wird jetzt sterben, ohne selbst was zu merken! Eindruck auf den Knopf! Das wird Förder genügen, um über 10.000 feindliche Lungen zu siegen! Die Kinder! Die Kinder, die hören es zwar nicht gern, doch so bewährt sich das wahre Rüstzeug des Herrn! Keine Wacht am Rheine liefert so fest und so treu wie die Nibelungenpest! Die Not! Lisa kennen dies letzte Gebot! Mein Name ist Siegfried Abendbrot! Es wird dunkel! Es erscheinen Hyänen, die Menschengesichter tragen! Sie kauern vor den Leichen und sprechen rechts und links in ihr Ohr! Wenn Sie vielleicht was bedarfen! Wenn Sie vielleicht was bedarfen! Wir sind da! Wir tragen Gesichte als Larven! Doch erschrecken Sie nicht vor Bärten und Mähnen! Wir sind keine Menschen! Wir sind nur Hyänen! Nur, dass Ihr Opfer umsonst nicht wäre, sind wir hier am Platz auf dem Felde der Ehre! Bedarfen Sie nichts! Nehmen wir Ihnen was ab! Was wollen Sie mit Schmuck und Barschaft ins Grab? Ja! Ihr seid froh, dass alles erledigt! Für Eure Verluste haben wir uns entschädigt! Auf unseren Rad gingt Ihr frisch in das Feld! Gabt Ihr Euer Blut! Nahmen wir Euer Geld! Damit wir gewinnen, musstet Ihr wagen! Jetzt gilt's noch ein Schärflein beizutragen! Wenn Ihr auch besiegt seid, wir werden doch siegen! Das Blut ist gesunken! Das Fleisch ist erstiegen! Ihr könnt Euch in den Punkt auf uns verlassen! Bald wird Euch das Kaisersrock nicht mehr passen! Mit Euren Granaten und Bomben und Minen fahrt weiter sofort! Und lasst uns verdienen! Das ist ein Vergnügen, herum hier zu lungern! Ihr braucht nicht zu frieren! Ihr braucht nicht zu hungern! Wir wissen es doch! Unser Ehrenwort! Heuer sind Kohle und Fett noch dreimal so teuer! Wir sagen es Ihnen zu Euch! Ihr solltet uns danken! Dadurch, dass Ihr hier liegt, geht's besser den Banken! Durch die Bank konnten Sie das Kapital sich vermehren! Die Fusion mit der Schlachtbank kann man Ihnen nicht wehren! Ihr könnt noch von Glück sagen, zu ruhig zu liegen, wenn zugleich mit den Kugeln die Tausende fliegen! Doch Ihr seid entschädigt! Ein jeder ein Held! Wir klappern die Knochen! Wir klappern die Knochen! Der Angriff ist in unserem Feuer gebrochen! Die Affäre wird uns noch übel bekommen! Wir haben die Stellung mit kühlem Handstreich genommen! Das halt, wenn er Lust hat, der Teufel aus! Wir warfen den Gegner aus dem Graben hinaus! Da hat uns der Herrgott was Schönes beschert! Zwei der Unsringen sind nicht zurückgekehrt! Ich fürchte, verlustreich ist diese Schlacht! Wir haben Gefangene eingebracht! Der Feind fürchte ich uns von der Flanke bedroht! Ein Säugling und zwei Zivilisten sind tot! Etliche Volltreffer haben wir heute erzielt! Fünf Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt! Wir sind Kinder! Ob Fußgruppe oder reitend! Der militärische Schaden ist unbedeutend! Die drüben so mörderisch Kirchweih feiern! Kein Zweifel! Das sind die tapferen Bayern! Das wird ja mit jedem Augenblick Ärger! Das sind wohl die wackeren Württemberger! Die jetzt ihre Todesverachtung bewiesen! Das sind die Thüringer, Pfälzer und Friesen! Das Ergebnis der Handlung wird es Euch lehren! Dass sich die heißblütigen Honmetz bewegen! Ihnen die Angriffslust zu bewahren! Treiben wir vorwärts die tapferen Bulgaren! Na warte, jetzt gibt's ordentlich Hieb mit der Peitschen! Jetzt kommen die Deutschen! Ja, das sind halt die Deutschen! Es regnet in Strömen, das Terrain wird schon weicher! Das sind die gemütlichen Österreicher! Das sind wir in einer schönen Soße! Das ist der lange erwartete Gegenstoß! Wer nicht Deutsch mit dem Feind spricht, ist ein Hunsfurt! Kalunke! Ihr seid in der Soße! Wir sind in der Trunke! Was geht denn nur vor? Sind wir denn vereint? Schießt der Feind auf den Freund! Der Freund auf den Feind! Was soll uns denn diese Verbrüderung nützen? Die schießen ja mit unseren eigenen Geschützen! Das ist wohl die schwerste von all unseren Krisen! Der Angriff ist mühelos abgewiesen! Zu eurem unendlichen Schädelspalten haben wir bis zum Endsieg durchgehalten! Nun aber wisst! In der vorigen Woche hat der Mars die Beziehungen abgebrochen! Wir haben alles reiflich erwogen und sind in die Defensive gezogen! Wir sind denn entschlossen, euren Planeten mit sämtlichen Fronten auszujäten und mit allen vermessenen Erden gewürmen, die sich erfrechten, die Sphären zu stürmen! Und wie immer sie sich gewendet haben, das Bild der Schöpfung geschändet haben, die Tiere gequält und die Menschen versklavt, die Schande geehrt und die Würde bestraft, die Schlechten gemästet, die Guten geschlachtet, die eigene Ehre am tiefsten verachtet, sich als Hülle irdischer Güter benutzt, ihre Sprache durch ihr Sprechen beschmutzt und Seele und Sinne, Gedanke und Worte und ihr Jenseits nur aufgemacht für den Export! Invaliden auf allen Siegeswerkeln, Agenten mit Lues und frischen Zuberkeln, Händler und Helden und Menschenjäger, Bombenwerfer, Bazillenträger, Raubbauer am Schatze der Fantasie, Bankrotteure der eigenen Ökonomie, Buschräuber hinter dem Ideale, Glücksritter in einem Jammertale, gepanzert mit Bildung, gewandt und gelehrt, überbewaffnet und unterernährt, die vor dem Tod noch den Einfall hatten, ihn mit allem Komfort fix auszustatten! Nicht abgeneigt einem Verständigungsfrieden hat das Weltall sich folgendermaßen entschieden, fern sei es von uns euch zu annektieren, wir würden dadurch an Prestige verlieren! Zu friedlicher Arbeit den Kosmos zu nützen, wollen wir nur die eigenen Grenzen schützen! Entschlossen auf euren Besitz zu verzichten, wollen wir das Geschäft ganz anders verrichten! Die Kriegskosten werdet ihr freilich bezahlen, da der Schuldner getilgt wird aus den Annalen, damit auf Ewigkeitsdauer die Sphären sich über Störung der Harmonie nicht beschweren! Nicht greifen in den verschlossenen Äther die Hand der Denker und Attentäter und kein Schlachtendonner, kein Handelstauschen je dringe zu unserem verschwiegenen Rauschen! Habt lange genug im Weltall gesprochen, die Ewigkeit ist bereits angebrochen! Lang wartet ihr und warteten wir, wir hatten geduldig, ihr hofftet mit Gier! Und damit doch auf eurer noch hoffenden Erde nun endlich der endliche Endsieg mal werde! Und damit sich dagegen kein Widerspruch regt, haben wir sie erfolgreich mit Bomben belegt! Voran ins Welt? Noch einer mehr? Und wenn die fällt? Nur feste Truft! Auf Knall und Fall! Es braust ein Ruf! Das ist uns neu! Was soll das sein? Fest steht um drei! Wir sind verbrannt! Wer bracht da ein? Lieb Vaterland! Der Sturm gelang! Die Nacht war wild! Zerstört ist Gottes Ebenbild! Ich habe es nicht gewollt! Ich habe es nicht gewollt! Ich habe es nicht gewollt! Ich sage es nicht gewollt! Ich gehe es nicht gewollt! Amen. Amen. Radio Frankfurt übertrug die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Es sprachen Musik Wolfgang Rudolf Funkfassung Stefan Hermlin Toningenieur Josef Hesse Regie Theodor Steiner